Hallo Freunde! Heute tauchen wir in den beeindruckenden Volkswagen Touareg R 2025 ein, ein Luxus-Rubot, das Leistungstechnologie und Stil perfekt vereint. Wenn Sie nach einem High-End SUV suchen, das mehr als nur Zweckmäßigkeit bietet, könnte dies Ihr nächstes Lieblingsfahrzeug sein. Auf den ersten Blick fällt der Touareg R ins Auge. Sein kühnes Design wird durch scharfe Linien und eine aggressive Haltung betont, die ihm ein sportliches und dennoch anspruchsvolles Aussehen verleihen. Seine markante Front verfügt über einen Kühlergrill, der mit dem charakteristischen VW-Logo verziert ist, flankiert von eleganten LED-Scheinwerfern, die hervorragende Sicht und einen modernen Touch bieten. Steigen Sie ein und Sie werden von einem Innenraum begrüßt, der mit einigen der hochwertigsten Luxus-Autos mithalten kann. Hochwertige Materialien, weiche Oberflächen und viel Liebe zum Detail machen jede Fahrt zu etwas Besonderem. Die geräumige Kabine ist auf Komfort ausgelegt. Bietet Platz für bis zu 5 Passagiere mit reichlich Platz. Ein Infotainment-System mit großem Touchscreen und intuitiver Benutzeroberfläche hält Sie unterwegs in Verbindung, während Funktionen wie Umgebungsbeleuchtung eine ruhige Atmosphäre schaffen. Der Touareg R wird von einem Leistungsstarten-Hybridantrieb angetrieben, der einen 3,0-DL-V6-Motor mit einem Elektromotor kombiniert. Die zusammen beeindruckende 462 PS und 56 LFA darf Drehmoment erzeugen und dieses Unterfangen in nur rund 5 Sekunden von 0 auf 60 M beschleunigen. Eine adaptive Luftfederung gewährleistet eine ruhige Fahrt, egal ob Sie auf der Autobahn fahren oder unwegsarmes Gelände bewältigen. Ausgestattet mit VAR-Fahrmodi, darunter Offroad und Sport, passt sich der Touareg ihr jeder Umgebung an und ist damit nicht nur ein Stadtauto, sondern auch ein vielseitiger Allrounder. Ein fortschrittlicher Allradantrieb bietet außergewöhnliche Traktion und stellt sicher, dass Sie sich unter allen Bedingungen hinter dem Steuer sicher fühlen. Sicherheit hat oberste Priorität und Volkswagen enttäuscht nicht. Der Touareg-R ist mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie adaptiver Geschwindigkeitsregelung, Spurhalteassistent und 360-Grad-Kamerasystem ausgestattet, die Ihnen ein beruhigendes Gefühl geben.